Eine Zusammenarbeit mit einem Hotel in Wien, das sich mit der Thematik Wien und Design befasst, ist mir ein Anliegen, weil das Themen sind, die mich und uns bewegen. Und da ist sicher das Altstadt Vienna die Adresse in Wien, wenn es auch darum geht, sich in einer Stadt zu Hause zu fühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017